Können wir noch über die Messe nächste Woche bitte kurz sprechen? Ja, Moment. Ich hab's doch nicht dabei. Kein Problem. Du kannst bei mir in OneNote mit reinschauen. Mit OneNote haben Sie immer alle Informationen sofort im Zugriff. Hi, grüß dich. Ja, kein Problem. Ich hab mein iPad dabei. Ich kann auf OneNote zugreifen. Dann können wir's gleich gemeinsam anschauen. Mit OneNote haben Sie an jedem Ort auf allen Ihren Geräten Zugriff auf Ihre Notizen. Mit OneNote bekommen Sie viele neue nützliche Funktionen, wie zum Beispiel Checklisten, Dateiausdrucke, Kategorien, Recherchemodus und Zeichenvorlagen. Mit OneNote können Sie komfortabel Notizen und Zeichnungen von Hand erfassen. Die Handschrift wird dann auch von der Suchfunktion gefunden und Sie können das sogar in Maschinenschrift automatisch umwandeln lassen. Also das Seminarhotel nächste Woche, das liegt gleich hier am Ortseingang und da kann man hier von der Autobahn runterfahren. Parkplatz ist direkt am Hotel und den Büchertisch würde ich einfach hier direkt am Fenster aufbauen. In OneNote können Sie kreativ und flexibel wie auf einem echten Blatt Papier arbeiten. In OneNote können Sie alle Arten von Informationen, wie zum Beispiel Webseiten, Protokolle, Fotos und Tabellen an einem einzigen Platz sammeln. Hallo Markus, schön, dass wir jetzt telefonieren können. Du, wir haben gleich mal ein Protokoll in OneNote angefangen, dann kannst du deine Punkte gleich da mit eintragen. OneNote ist mehrbenutzerfähig. So macht die Arbeit im Team Spaß. Wir können hier in OneNote direkt aus unserem Protokoll unsere To-Dos in Outlook Aufgaben umwandeln. OneNote arbeitet Hand in Hand mit Outlook, so können Sie Ihre Termine und Aufgaben effizient mit den Notizen verknüpfen. Digitalisierung in OneNote ist einfach, da Sie die gewohnte Struktur Papierablage eins zu eins nach OneNote übertragen können. OneNote ist kostenlos und hat das gewohnte Look and Feel von Microsoft Office. Das macht den Einsatz in Büros besonders attraktiv. Let's go!